Elaine, Sie haben da ein ganz anderes Datum im Auge. Ja, genau. Meinen Quälen zufolge erleben wir das Ende der Welt am 14. Februar und das Jahr ist 2016. Valentinstag. Prost Mahlzeit. Wem haben Sie dieses Datum her, Elaine? Ich habe diese Information von einem Außerirdischen. Wie schon mein Mann sagte, es geschah im Blue Hawaii Autobahnhotel. Ich habe eine Kleinigkeit an der Bar getrunken, ganz allein, als sich der Außerirdische plötzlich näherte. Er hat doch gleich ein Gespräch angefangen. Er hat mir einen Whisky spendiert und dann, ich denke, es muss eine Art Strahl gewesen sein. Oder er benutzt ein Geistkontrollgerät. Und dann hat er mich gezwungen, ihm auf den Zimmer zu folgen. Und das war der Ort.